Mw nav ba ba b recomm Wir schaffen diese Knurraining Es ist für mich einfach averzehrt, wie wenn vier passen Das ist sauer, dass du nicht pullst nachher wieder, gell? Ja, einer hat ihn pullt. Weil wen pullt? Ja, einer hat pullt. Ja, einer hat pullt. Lauf um wieder, was pullt hat. Der Hund pullt sich einfach um den Mungo. Ja, schau. Mein Gott, das ist immer das Gleiche. Das hat es jetzt behindert, Alter. Immer das Gleiche. Ja, schmecken. Du bist ja der Pro Raider. Du bist ja der Pro Raider. Du bist ja der Pro Raider. Dann halten sie euch davon umschneuzen. Das hat er gesagt. So behindert, Alter. Ich bin der Pro Raider. 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 Das war ein Grund zum Überlebenspass. Ja, da fängt er an. Du wärst auch mehr. Das ist jetzt, wo immer das Gleiche ist. Die Pullen, die Viecher. Ja, dann kannst du die Viecher nicht umschneuzen davon. Ja, aber... Weil du es nicht brauchst. Ich fach nicht. Zeit verschwindet. Ja, deswegen muss man auch von einem Meter genau laufen. Das muss die Pullen. Scheisse, wenn ich möchte, musst du die Augen anmachen. Kann man das so durchlaufen? Die blöden Viecher schon wieder. Schau, 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 schau. Der was... Der Kirchelputzi schon wieder. Na, na, na. Ich hab' an einem anderen Ende der Map und die Scheisse laufen wir noch. Kirchelputzi, wir flamen dich und du läufst ihn nie... Du läufst ihn nie... Der Hund... Der Hund läuft ihn... Ich bin rausgegangen aus der... Ich bin so rausgegangen aus der... Ich bin so rausgegangen, wenn die wohl die kommen, oder? Der Hund läuft in die Mobseini... Ich bin so rausgegangen. Mit den 4 Pro so auf dem Fall kannst du es schothen. 30 FPS kannst du holen? Als du noch gehörst, du hast jetzt 4% von Panatikciss. Super behinscht, du schiessen, negativ! Du bist so ein Grippe. Wenn du so ein Mongo bist und in den Pult hast... Da schau schon zuhörst Du lol wo erläuft Jetzt bulli sie aber alle nachher fliege hervor gescheit und kriegt von so an Kurschnalz Ja aber wie der hinterher glopft nicht Nice Bei dem rechts bull zahlt 10.000 Gold in die Kasse NICHT! 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 Ich hab's eh schon gemacht Ja wenn schon gemacht hast dann passt's ja Ich hab ihn schon gekriegt, kriegt nicht mehr Ich weiß nicht ob's auf dem Wiff ich kann das ist NICHT! 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 Wenn du so viele CDs wie Makros hast, dann merke ich nicht mal wissen, was du drauf hast. Hat überhaupt noch nie eine Raid gedacht und dann lebt überhaupt was. Ich habe noch nie einen Raid gedacht, natürlich. Du musst doch mal 3 Bullen noch und zahl mal 10.000 in die Gildenbank. Kannst du zumindest das zahlen. Ich habe Ex-Gold nicht so viel zu tun. Ich kann Kunstschlager loswerden, weil ich nicht so viel innen bin und ich nicht so viel. Hehehehehe Ok, ja, ich hätte ganz breit dringend laufen. Ich hätte eh glaube ich, mein Herz stoppt gleich. Ich würde nicht sagen, weil ich nicht blöd klagen, weil er so eingelaufen ist. Das ist auch so blöd. Ja. Weil du brauchst Makros zum Schreiben. Ja, ja. Dann bist du ein paar Buchstaben in die Tasche. Ja. Ja, aber für das Makros schreiben muss ich die Buchstaben eingeben. Aber halt gleich einmal. Das nennt man einfach gleich... Boah. Ich habe Behinderung. Das ist einfach gescheit, weil ich nur muss gleich einmal machen. Und nicht 500 Mal. Kichl, das Wort was du suchst ist Effizienz. Aber man braucht Würfel. So selten. Ja. Hehehehehe Hehehehe 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 Ja, weil jetzt hast du vom Sterne Hilfe gekriegt. RNT, RNT. Dann magst du das und lass uns aufstehen. Hehehehe 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 Hehehe Hehehe De Bif is real Hehehehe So wenn man sich übernähter Kieker lesen einfach so 2 mal nach vorne einmal zuhören aufstehen können. Hehehehe Ehe Das ist echt krass. Geht, oder? Also, Grichl, wenn du den zum Ding nutzierst, dann krieg er Stacks, oder? Also, ich weiss den Boss nicht, was machen wir? Alter, der Huren, der schnellt, der ist ja unten. Richtig nice. Lass ihn lesen. Ja, lass mich halt mal genau lesen, wie die Dinger genau hast. Ja, ich brauche mal ein bisschen länger, weil er muss das noch übersetzen. Ich muss halt schauen, wie die Dinger genau hast, wie bei Ihnen jetzt Gritz und Grau siehst. Schau mal, wie das genau hast. Lass ihn, ich habe 60 Löffel. Du schaust, ich höchstens läuft in die Busen. Das heißt, was du kannst, wenn du nie die sehen hast, du... Du Ratter-Zitzen. Alter, du warst wieder. Okay, hilf dich aus. Besser Scheiss, ja, fuck. Er wird ein grosses Buch haben, hey. Oder muss er mal schauen, Umschaltkasten, die Jotten muss er, glaube ich, drücken. Weil er hat mich fast dumm gespielen können. Warte, ich war vorne. Jetzt steuert einmal. Also, ich habe schon einmal unterbrochen, gell? Ich kann jetzt immer. Ja, ja. Ich habe schon auch noch. 2 Minuten warten. 2 Minuten. Ja, mein CD ist so lang. Unterbrechen! Ah, wie schon. Sind wir unterbrechen da? Los! Wenn der Krieger keinen Krieg mehr. Ist ein bisschen hegelig. Ja, der hat einen Krieg, aber der geht 25... Der hat einen Cooldown von... ...2 Minuten. Oh, Mg. Wir haben wieder einen Krieg. Negativ, der hat sicher einen Krieg. Schau mal nachher, der Buch. Oh, Ruf! Zuschlag! Oh, Alter. Du hast zwei Verschiebe. Oh, Ruf und... Zuschlag. ahlio Zum. Ja, zu zusatsuig ist ein Krieg. Der geht 50 Sek... Ja... Hanss! Der hat 50 Sek... Ja! Das sollte ich da benutzen einmal. Herr Klick! Aber wer kann zu einem Wandel nicht weil ich da auch nicht mein Z炭 hat zum Ding ich nALD. Aber wer kann bei einem Zimm view? Ahien. Der hat einen Trapel. DROini. Broin! Ich hab's auch von mir jetzt, ich hab's auch von mir. Heeeh! Ich hab's nie mal kicken! Also, ich hab's mal kicken für Denk, man denkt so nubig ist! Ja, man muss ja leider Denk halt kicken! Kann er nicht kicken und Damage halten und Jaka halten! Ja, man muss sie backbuddeln und so kicken, gell? Ich hab's von Braden, ne? Ja, Freunde! Ich hab's ja gut, ja! Ich hab's ja graded, hast du noch in die Hosen geschissen! Ja, genau! Bist du windet, als Kind? Du willst dich mal zusammen mit Braden, der Mofa! Die, die... Ich hab's ja graded und ich hab's ja graded, hast du in die Winter geschissen! Die zwei Oma, Prost! Du hast dich mit dem Gesicht! Schreit! Pfff! Pfff! Ich hab's auch zwischen die Schultern und Eier! Pfff! Pfff! Es ist ein Östis! Pfff! 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 JA! Das hat mich wieder angespot. So muss ich noch mal Dank machen, hä? Ja, mir die jetzt abgespotten. Super, machst das! Ja, aber das ist schon drin. Ja, da spottet noch von acht, was falsch! Super, machst das. Dann bist du kein Dank, wenn ich sie mit normalem Damage abspotten. Mit Drohruf oder mit Folter, was heißt Aber mit Drohruf kann ich ihn abspotten genau, Du bist doch ängstlich für die Vorwand. Ich hab's Folter und ich noch angespottet. Dann musst du ihm nicht mehr angespottet haben. Dann musst du ihm nicht mehr angespottet haben. Wenn ich Folter traue, dann habe ich schon für 10 Sekunden zu 100% mich gebunden lassen. Also du machst noch einen anderen Scheiss. Du wartest halt ein bisschen Zeitflassbar, dass du dran lutschen kannst. Ja genau, ja. Das ist alles was du wartest. Genau, so ist das. Du auch angespottest. Ah ja. Ja. Red leih gescheit. Im Intellekt von einer Kartoffel und redet kreuz. Genau. Im Intellekt von einer Kartoffel und die Aufmerksamkeit von einer Fliege. Ja cool, das ist wieder. Willi holst du ja oft einmal, gell? Ja. Aber das weißt du nicht auffallen bei deinem Mini-Penis-Hürn. Ja toll, ja. Der Hürn ist fast wie dein Penis, genau. Dein Mikro-Penis. Wer, wer, wer buggelt den ganzen Tag auf der Baustelle? Wer sitzt da mal nicht im Büro oder erzähl ich mir das einmal? Ja sicher mal, da muss man sich im Hürn haben um im Büro zu sitzen. Ja. Mach auf im Hürn haben. Wie gehst du zu der Baustelle? Kannst du nicht, da geht's ja mit in die Ahnung. Nein, ich doch nicht. Nennt mal Angestellten. 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 Das kennst du halt nicht. Ja. 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 Auf den Bleu he is. Diego Jörg auf die Baustelle. Ich ebenfalls noch zehn Jahreいる auf der Baustelle, du scho scho eine Ahnung. Was soll ich sagen? 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 Die gleiche Scheiße machen was der Kircher macht wenn der mal auf der Baustelle ist, hat er gar keinen Plan Ja, park er nicht an Kircher hat davon gar nichts am Plan Ich park auf der Taxi, ich park auf der Baustelle wirklich einen scheiss Plan ab, wer weiß denn Er hat es auch immer so um uns zu tun Die wurden meine Baustelle gekannt den Wendt durch ihn und schäme Da krieg ich nie einen Räckler Das war so nice Kircher redet und nicht einmal zwei Jahre gearbeitet Kannst du als eine Sonderschule aussehen? Als eine Sonderschule, ja Du in 10.000 Jahren Das ist eine Sonderschule Es ist auch wohl klar Aber ich glaube das schaffen wir Wir schaffen auch die nicht Ja, du bist ja Sonderschule Ja? 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 Es ist aber entspannt wenn ich mit dem Köln die Show mal nicht machen muss Ich hab auch schon angeklisch dass ich mit dem Blauen diskutiere mit dem Köln Ja? 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 Ja, meine Minderwertigkeits-Proplexe Minderwertigkeits-Proplexe Ja? Minderwertigkeits-Proplexe Ja die Weiber Du stappierst immer alles Weiber? Ja? Ich kann auch Marco schreiben, wenn du es hinlässt. Das ist ja so, ey. Das ist so geil. Das ist das Schlimmste, ey. Du kriegst es, weil du es nicht kannst. Mir fällt immer was für dich. Ich hab noch nie was aus. 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 Ich mach dir mal einen Tornade von 50 Cent. Ich hab noch nie was aus.